Liebe Gäste, mein Name ist Sami. Ich freue mich darauf, dass der Deutsche Marketing Tag 2015 nach Stuttgart kommt. Ja, nach Stuttgart. Einige von Ihnen denken sich bestimmt, oh nein, warum denn in Stuttgart? Warum? Mir ging es genauso, als ich ins Ländleer gekommen bin. Wenn man weiß, worauf man achten muss, ist es gar nicht so schlimm hier unten. Ich zeige es Ihnen. Und, was denken Sie über den Schwaben? Typisch schwäbisch wäre für mich, wenn man samstags das Auto putzt, die Kehrwoche macht und auch noch die Schuhe putzt. Wir machen auch nicht viele Worte. Wenn man nichts sieht, dann sieht man nicht bruddelt. Das ist gelobt genug. Da braucht jemanden, der von hinten schiebt. Das ist schon richtig. Ich schwabe, stelle dir Licht gern unter den Schöffel. Die Schwaben jammern gern auf hohem Niveau, so nach dem Motto, das Leben ist kein Schlotzer. Wir kaufen nicht. Wir schauen bloß. Gutmütig bist du da genau, sagt man. Das ist der Schwabe. Wir Schwaben sind doch nicht so schlimm. Tschüssle. Das ist die Schwabe. Ja, ich bin froh. Das ist das, was ich. Ich bin froh. Ja, ich bin froh. Ich bin froh. Ich bin froh. Vielen Dank.